Täglich grüßt das Murmeltier. Warum begegnen uns häufig immer wieder dieselben Themen? Und warum halten wir uns so sehr an der Vergangenheit fest? Wie du es schaffst, diese loszulassen? Dies und mehr erwartet dich in dieser Folge. Aloha allerseits und herzlich willkommen zu deinem Podcast für heitere Gelassenheit. Mein Name ist Pia und ich freue mich, dich auf deinem Weg zu mehr Freude und Leichtigkeit im Sein begleiten zu dürfen. Wie oft hast du dich eigentlich schon gefragt, was soll das Ganze eigentlich? Dir begegnen Menschen und die lösen automatisch irgendetwas in dir aus und du hast keine Ahnung, warum das so ist. Oder vielleicht in deinen Beziehungen treten immer wieder dieselben Muster auf, dieselben Herausforderungen. Wenn jemand etwas sagt und du empfindest plötzlich Wut oder Ärger, denkst dir, meine Güte, so ein Blödsinn, kann diese Person nicht einfach mal aufhören zu quatschen? Oder vielleicht sogar, boah, wenn ich diese Stimme höre, dann, ja, vielleicht kommt dir das irgendwie bekannt vor. Und ich finde es so unfassbar spannend, was unser Bewusstsein und unser Unterbewusstsein so fabrizieren. Vielleicht weißt du schon, es ist dir bewusst, dass dein Bewusstsein tatsächlich nur die Spitze des Eisberges ist. Wissenschaftlich gesehen sagt man, ungefähr 5% von allem, was wir sind, von unserem Sein, ist bewusst. 95% geschieht im Unterbewusstsein. Du kannst dir das vorstellen wie ein Eisberg, von dem sehen wir auch nur die Spitze. Teilweise reicht der aber kilometerweit nach unten. Wie schaffst du es denn jetzt herauszufinden, was in deinem Bewusstsein entsteht, wo es herkommt und dann vielleicht sogar Dingen auf die Spur zu kommen und sie zu entlassen? Was mir häufig begegnet in meiner Arbeit als Täterhealerin, als Coach, als Mensch, ist dieses vehemente Festhalten an der Vergangenheit. Wusstest du, dass wir als Säugetiere, als Mensch die einzige Spezies sind, die Groll und Reue empfinden? Erinnerst du dich vielleicht aus deiner Vergangenheit noch an etwas, was ganz, ganz schlimm für dich war und das hast du den Menschen nie verziehen? Du denkst noch heute daran zurück oder vielleicht hast du auch Entscheidungen getroffen, die du bereust. Das heißt, wenn du jetzt daran zurückdenkst, denkst du dir, ich wünschte, ich hätte das nicht getan. Ja, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre das und das nicht passiert. Und keiner außer uns empfindet das. Und wenn du das schon mal empfunden hast, diese Reue, diesen Groll, ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von uns das in irgendeiner Form schon mal erlebt hat, dann heißt das, dass es da noch irgendetwas gibt in der Situation, in dieser Erfahrung, an der wir festhalten. Und das ist uns nicht bewusst, weil wenn es uns bewusst wäre, dann würden wir es ja sein lassen. Wenn wir es besser könnten, würden wir es besser machen. Häufig gibt es da aber den ein oder anderen Grund, warum wir es nicht gut sein lassen können oder einfach sein lassen können. Warum wir uns nicht erlauben können, das loszulassen, um freier zu sein, um leichter zu sein, um das Leben liebend zu gestalten für uns und auch für die Menschen um uns herum. Was da in den meisten Fällen passiert, ist, dass in diesen Situationen, an denen du noch festhältst, manchmal fühlen sie sich auch an, als würden sie dir nachhängen, aber dieses Hängen ist nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich haben wir immer einen eigenen Anteil, der daran festhält und der ist uns eben nicht bewusst. Und was du aber machen kannst, ist, da mal genau hinzugucken und hinzufühlen. Zum Beispiel mit mir zusammen oder mit anderen wundervollen Menschen, die diese Methode Theta Healing anwenden, um herauszufinden, was für einen versteckten Nutzen du in dieser Situation noch hältst. Und das hört sich vielleicht völlig abgespaced an und du denkst dir so, was soll mir das denn nutzen, dass ich mich darüber ärgere, dass der damals das und das gemacht hat oder dies und jenes gesagt hat oder dass ich bereue, diese Entscheidung zu treffen, was soll mir das denn nützen. Wie gesagt, jetzt gerade, während du diesen Podcast hörst, bist du ziemlich bewusst. Denk dran, 95 Prozent in dir sind unbewusst und Dinge, die wir sagen, die wir tun, die kommen von unten nach oben. Und der wahre Grund und der Nutzen sind genau da zu finden. Und wenn du es schaffst, herauszufinden, was es dir nützt, dass du da noch irgendwie dran hängst, dass du es nicht loslässt, dann kannst du auch hinschauen, das herausfinden und dich dann dazu entscheiden, das loszulassen und zu sagen, okay, ich möchte diesen Nutzen, den ich daraus gezogen habe, gerne in meinem Leben weiterhaben, aber ohne, dass ich bereue, ohne, dass ich diesen Schmerz empfinde, ohne, dass ich leide. Vielleicht hast du die ein oder andere Situation in deinem Leben, in dem das so ist. Vielleicht schüttelst du jetzt auch die ganze Zeit den Kopf und sagst, so ein Blödsinn. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen und das ist totaler Quatsch, den die Pia da schwafelt. Auch da sind dann vielleicht ein paar Themen, für die es interessant sein könnte, ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. In jedem Fall, und das hast du ja vielleicht auch in der vorherigen Folge Widerstand tritt drecklos, schon gehört, ist es nicht zwecklos, sondern sehr sinnvoll, sich diese Dinge anzuschauen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Zeit, in der wir gerade leben, uns so viele Möglichkeiten schenkt und so viel mehr Zeit und Raum, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und vielleicht auch mal liebevoll aufzuräumen. Natürlich nur, wenn du das willst. Wir Menschen sind nämlich großartig darin, uns beschäftigt zu halten. Das ist auch etwas, worauf wir programmiert sind. Stell dir mal vor, du hast einen Tag frei. Erstmal stell dir doch mal die Frage, wann hattest du das letzte Mal einen Tag frei? Und ich rede von frei, frei. Also keine Termine, kein Kinderbetreuen, keine Pläne machen, kein was auch immer. Nix. Das heißt, du kannst sagen, nix. Ich habe morgen mal nix vor. Was machen wir dann? Automatisch verabreden wir uns mit Menschen, nehmen uns dies vor, nehmen uns das vor. Wann bist du das letzte Mal einfach nur gewesen? Du hast spontan entschieden, dich einfach mal in die Sonne zu legen, auf die Wiese. Ganz spontan, aus dem Gefühl heraus, ohne etwas planen zu müssen. Ohne deinen Tag gleich wieder voll zu packen. Wir sind großartig darin, uns Termine zu machen, weil, wenn wir beschäftigt sind, dann hat ja unser Unterbewusstsein gar nicht so die Möglichkeit, mal auszuspucken, was so wirklich, wirklich in uns los ist. Und wir sind so großartig darauf trainiert und wir haben das ganz, ganz schon fast perfektioniert, diese Eigenschaft nicht hinzugucken, diese Eigenschaft wegzuschauen und uns mit anderen Dingen abzulenken. Und bitte verstehe mich richtig, das kann total schön sein, sich abzulenken. Wenn du aber Momente hast in deinem Leben, die dich beschweren, die dich blockieren, die dich limitieren, die dich fühlen lassen, es ist anstrengend oder eigentlich möchte ich das nicht mehr. Dann möchte ich dich einladen, hier und heute dir erstens mal einen Freiraum zu gönnen, in dem du mal gar nichts tust, in dem du dir auch gar nichts vornimmst. Starte doch vielleicht mal eine kleine Challenge. Die Nix tun ist auch schön Challenge. Das heißt, nimm dir mal Bewusstsein für nix. Nix tun. Und ob das jetzt zehn Minuten sind erst mal oder eine halbe Stunde oder du vielleicht sogar schon dir einen ganzen Tag einräumen kannst. Auch das sagt ja viel aus. Erlaube ich mir, mir einen ganzen Tag Zeit zu nehmen, um nichts zu tun? Ja, da kommen häufig jetzt schon vielleicht auch irgendwelche Trigger, die sagen, was denken denn die anderen von mir? Ja, das kann ich doch nicht machen. Nimm das mal bewusst wahr, was das jetzt auch gerade schon in dir auslöst. Allein der Gedanke daran, mal sich Zeit einzuräumen, um nix zu tun. Und wenn du das machst, dann hör mal hin. In der Regel bekommst du nämlich ganz eindeutig von innen dann auch gesagt, was wirklich los ist. Und vielleicht hast du ja sogar Lust, da mal ein bisschen tiefer zu graben, mal hinzuschauen und liebevoll dem Ganzen auf den Grund zu gehen, um loszulassen. Damit du vielleicht noch mehr Freiraum in dir schaffst, wenn du das möchtest. Um dein Leben noch leichter und mit noch mehr Freude jeden Tag zu leben und zu erschaffen. Vielen, vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Und ich freue mich jetzt schon riesig auf alle, die sich mal bei mir melden und mich wissen lassen, ob sie diese Challenge annehmen. Einfach mal nix tun. Ich werde das auf jeden Fall verfolgen. Schreibt mir gerne auf den sozialen Medien, auf Facebook, auf Instagram. Ich packe euch die Links nochmal in die Shownotes. Und vor allem, wenn es jemanden hier gibt, der sich diesen Podcast anhört und sagt, yo, das fühle ich, alles, was du gesagt hast oder etwas in mir sagt, da gibt es etwas, was ich gerne loslassen möchte, dann schreibt mir einfach. Schreibt mir einfach eine Nachricht und dann vereinbaren wir ein 20-minütiges, kostenloses Vorgespräch für eine Theta-Healing-Session. Das geht von überall aus, ortsunabhängig, ganz einfach per Telefon. Und dann freue ich mich, dich dabei zu unterstützen, das loszulassen, was dir nicht mehr dient und Platz zu machen für das, was du wirklich, wirklich willst. Und dann prometten das, was ich være auf jeden Fall auf jeden Fall rements Kelly